Wunderbar, jetzt können wir sie sehen. Super, viel Spaß. Hören Sie, dann kann es losgehen. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Es ist eine Ehre für mich, heute die L&D Pro Online-Konferenz zu eröffnen zu dem Thema Lerntechnologien. Mein Name ist Simon Dückert, komme von der Cognion Akademie aus Nürnberg. Ich habe eigentlich ursprünglich von der Ausbildung mit dem Thema Corporate Learning erstmal nichts zu tun gehabt. Ich habe Elektrotechnik studiert mit Fokus Digitale Nachrichtentechnik im Nebenfach Philosophie. Da bin ich so auf das Thema Wissen und Lernen gestoßen. Habe dann die Liebe für komplexe Systeme entdeckt und im Fraunhofer-Institut, wo ich sehr viel Nebenstudium schon gearbeitet habe und auch dann zum Berufseinstieg, mich mit dem Thema Wissensmanagement, also wie führe ich Organisationen in einem Zeitalter, wo Wissen und damit auch Lernen zu den zentralen Ressourcen gehören und auch zu den zentralen Erfolgsfaktoren. Also davon bin ich überzeugt. Die Organisationen und auch die Einzelpersonen werden im 21. Jahrhundert erfolgreich sein, die eben ganz besonders exzellent und systematisch sich um ihr Wissen und ihr Lernen kümmern. Worum soll es zur Eröffnung heute gehen? Ich habe meinen Vortrag mal genannt, wenn Lernen und Arbeiten verschmelzen, nutzen wir dann auch Arbeitstools zum Lernen. Weil mir aufgefallen ist, dass auf ganz vielen Konferenzen der Fokus sehr stark auf dedizierten Lerntools liegt. Also seien das jetzt Autorensysteme, Learning-Management-Systeme, Learning-Content-Management-Systeme, da gibt es einen ganzen Haufen Begriffe. Wie gesagt, ich komme eher so aus dieser Wissensmanagement-Ecke, wo man eher in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen unterwegs ist, mit Softwareentwicklern arbeitet und da wird, glaube ich, doch ganz anders gelernt, als man das vielleicht aus dem schulischen Bereich gewohnt ist. Und das möchte ich heute mal so ein bisschen versuchen darzulegen. Kurz der Überblick. Ich würde so ein paar Sätze sagen zu dem Megatrend Wissensgesellschaft, also warum wir glauben, dass das 21. Jahrhundert eben durch das Thema Wissen und Lernen als Erfolgsfaktor geprägt ist. So ein bisschen aus meiner Sicht reflektieren, wo ich den Status quo des organisationalen Lernens aktuell sehe und dann eben herleiten, warum ich glaube, dass Tools, die wir vielleicht bisher noch gar nicht so sehr im Arbeitskontext verorten, eben für das Lernen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ein paar Tipps und Tricks für die Praxis geben. Wie der Sebastian schon gesagt hat, die Fragen gerne im Chat. Ich schaue, dass wir am Ende auf jeden Fall genug Zeit noch für Fragen haben. Gerne auch unter dem Hashtag der Veranstaltung L&D Pro auf Twitter. Ja, vielleicht ganz kurz, wie verorte ich mich in dem Thema? Ein paar Definitionen, das ist ja immer wichtig, wenn man über Themen spricht, nicht nur Schlagworte hinzuwerfen, sondern auch zu sagen, was versteht man darunter? Also unter diesem Megatrend der Wissensgesellschaft versteht man eben eine Gesellschaft, in der bestehende Regeln und Normen kontinuierlich durch Lernprozesse infrage gestellt werden. Also man kann nicht sagen, irgendwas ist stabil zu irgendeinem Zeitpunkt. Natürlich ist es das in Form von Gesetzen und Regeln, die wir haben. Aber es passieren unvorhergesehene Dinge. Der eine oder andere hat vielleicht das Schlagwort der VUCA-Welt schon mal gehört. Und das führt eben dazu, dass man diese Regeln und Normen hinterfragen muss und das eben in zunehmend hoher Geschwindigkeit. Die Tatsache, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen, Stichwort Corona-Pandemie, ist vielleicht ein gutes Zeichen dafür, dass da eben die eine oder andere Regel jetzt hinterfragt werden muss. Wissensmanagement ist so eine Art Antwort auf diese Gesellschaft, nämlich die Art und Weise, Organisationen zu führen und zu gestalten, um etwas zu entwickeln, was man eine lernende Organisation nennt. Also eine Organisation, die sich sehr dynamisch auf Veränderungen einstellen kann. Es gibt so Themen wie der digitale Arbeitsplatz, die Flexibilisierung, die agile Transformation. Also all das sind so Schlagworte, die sich unter diesem Schirm zusammenfassen lassen, dass sich eben Organisationen im 21. Jahrhundert vielleicht anders sehen und denken muss als im 20. Jahrhundert. Lernende Organisationen auch noch kurz definiert, ist die Definition von Garwin. Es ist eine Organisation, die die Fähigkeit besitzt, Wissen zu generieren, Stichwort Innovation, Forschung und Entwicklung, zu akquirieren, sei es durch Merger and Acquisitions, durch Personalakquise, durch Zugang von Zeitschriften, meine Wege, und zu verteilen. Also Wissensteilung ist ein wichtiges Thema, vielleicht als Methoden, Communities of Practice, Working Out Loud sind so Schlagworte. Und vor allen Dingen ihr Verhalten auf Basis neuer Erkenntnisse und Einsichten zu verändern. Also es gibt ja ganz viele Organisationen, die viel, viel Wissen haben, aber es kommt natürlich auch darauf an, auf Basis dieses neuen Wissens zu handeln. Da ist man dann so beim Thema Kultur der Organisation, also nicht so etwas zu haben, wie wir machen es so, wie wir es schon immer gemacht haben oder das funktioniert eh nicht. Bei anderen geht es vielleicht, bei uns nicht. Also das ist ganz wichtig, dass neue Erkenntnisse eben auch zu Verhaltensänderungen von Einzelpersonen, aber dann auch der Organisation führen müssen. Ja, so ein bisschen dieser Trend im Überblick. Vielleicht hat der eine oder andere noch das Thema Taylorismus oder Scientific Management oder auch den Fortismus, den Beginn der Massenproduktion im Kopf, wo es ein bisschen mal darum ging, sozusagen Fließbandarbeit und Herstellung von Dingen in hoher Stückzahl in den Griff zu bekommen. In der Regel mit Mitarbeitern, die vorher in sehr niedrig qualifizierten Themen oder Feldern gearbeitet haben, die auf dem Feld aktiv waren zum Beispiel. Und damit ging einher die sogenannte Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Also es gab die Leute in der Organisation, die sich über die Arbeit Gedanken gemacht haben, wie die ausgeführt wird und dann eben die Leute, die die Arbeit ausgeführt haben. Man könnte das mit dem typischen Top-Down-Management bezeichnen, was heute eben oft beklagt wird, aber auch schon früher beklagt worden ist. Vielleicht kennt der eine oder die andere den Film Moderne Zeiten von Charlie Chaplin. Dann haben wir so ein paar Trends, die dazu führen, dass eben das Thema Wissen relevanter wird und auch die Geschwindigkeit, mit der wir lernen müssen, eben steigt. Und da vielleicht die schlechte Botschaft, dass immer auch nicht am Ende der Fahnenstange, sondern eher am Anfang. Also zum einen mal das ganze Thema Digitalisierung. Das hat ja jetzt nicht erst vor ein paar Jahren begonnen, sondern kann man im Prinzip in die 50er, 60er Jahre zurückspannen mit der Erfindung des Transistors, später dann der Chips. Es ist quasi ein Trend in Bewegung gesetzt worden, den man das Moorische Gesetz nennt. Es verdoppelt sich die Rechenkapazität von unseren technischen Anlagen alle 18 Monate. Verdoppelung in konstantem Zeitabstand heißt exponentielles Wachstum. Und das bedeutet quasi, dass sich da sehr, sehr, sehr schnell Dinge verändern. Das Schöne am, vielleicht ein wenigen schönen Dingen am Coronavirus ist, dass Leute jetzt in Breite mal erklärt bekommen haben, was es mit diesem exponentiellen Wachstum eigentlich auf sich hat. Weil wer die Geschichte von dem Kaiser und dem Reiskorn kennt, wir als Menschen eigentlich dafür gar nicht gemacht sind, exponentielles Wachstum zu erkennen. Das ist für uns kontraintuitiv. Das muss man sozusagen erlebt haben. Und gerade wenn sich sowas über mehrere Jahrzehnte hinspannt, wie bei der Digitalisierung, dann ist man vielleicht verwundert, dass der eigene Rechner im einen Jahr noch dumm wie Bohnenstroh ist und im nächsten Jahr schon die Sprache ganz gut erkennt. Das liegt einfach daran, dass man hier in dem rechten Teil der Kurve sehr steile Flanken dann bekommt. Das Gleiche gilt aber auch für die Entwicklung der Menschheit als Ganzes. Läuft auch auf so einer exponentiellen Kurve. Wenn ihr euch das mal über die Jahrhunderte anschaut, hat einfach mit dem ganzen Thema der Sesshaftwerdung, der Industrialisierung wahnsinniger Wohlstandsgewinn angefangen. Das bedeutet, dass wir uns halt sehr viel stärker vermehren. Überlagert der Trend der Urbanisierung. Das heißt, wir bringen immer mehr Gehirne immer dichter in Städten zusammen. Vor einigen Jahren war der Termin, wo sozusagen mehr Leute in Städten gelebt haben als in urbanen Regionen. Das nennen wir Wissensmanagement. Der Effekt, der dadurch entsteht, nennen wir Knowledge Spillover. Also es passieren sozusagen Übersprünge von Wissen vom einen auf den anderen, einfach dadurch, dass man sich kennt und trifft. Silicon Valley ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, wo man Unis, Forschung, Firmen und so weiter sehr stark geografisch verdichtet hat. Diese Effekte führen dann zu dem, was man heute eben oft als VUCA-Welt bezeichnet, nämlich als eine Welt, wo Dinge passieren, die sehr unvorhergesehen sind, die sich für uns als komplex anfühlen, wo bisherige Regeln nicht greifen. Kann man auch an der sogenannten Halbwertszeit, ich habe es mal in Anführungszeichen des Wissens geschrieben, weil man das ja nicht so genau messen kann, wie schnell Wissen verfällt. Im Wesentlichen die Aussage hier ist, dass die Relevanz von so Schulwissen, was man zum Beispiel in der Schule sich aneignet, die ist noch relativ stabil. Klar, auch in Geschichte gibt es neue Erkenntnisse, aber da passiert nicht jedes Jahr so etwas grundlegend Neues. Bei Hochschulwissen, beruflichem Fachwissen wird die Halbwertszeit schon kürzer. Wenn ich in den Bereich von Technologie und IT-Fachwissen reingehe, dann ist die Halbwertszeit sehr, sehr kurz. Wenn ich an mein Studium zurückdenke und parallel meine Arbeit im Fraunhofer-Institut, da waren ganz viele Sachen, die wir im Studium gelernt haben, schon in der eigenen Arbeit oder in der Arbeit als Werkstudent völlig irrelevant, weil völlig überholt. Und das war teilweise im Monats- oder Halbjahrestakt. Das bedeutet für alle Bürger, für alle Organisationen, dass man sich eben, was man im Schlagwort lebenslanges Lernen versteht, in Zukunft kontinuierlicher selber auch um das Lernen und die eigene Weiterentwicklung kümmern muss. Man kann das sehen als so einen Paradigmenwechsel, da wo wir vielleicht im letzten Jahrhundert die Organisation eher als eine Maschine betrachtet haben, wenn man sich so Organigramme anschaut oder Prozessschaubilder, dann legt es also nahe, jedes Kästchen da drin hat eine Funktion. Die Eigenschaft, wie jetzt hier in dem Bild das Zahnrad, ist dann durch die Ausbildung gegeben. Da lerne ich die Dinge, die ich brauche, um als Zahnrad 3 zu funktionieren. Und auch wenn das Zahnrad kaputt geht, dann kann ich relativ einfach das Zahnrad nehmen und austauschen. Das ist etwas, was in wissensintensiven Branchen, in wissensintensiven Organisationen nicht mehr so gut funktioniert. Wir müssen uns dafür mehr so eine Organisation als einen Organismus vorstellen, vielleicht wie unser Gehirn, wo sich auch bestimmte Bereiche ausprägen. Wir werden das ganze Thema hierarchischer Aufbau nicht verlieren, wir werden aber viel mehr auch über Netzwerke nachdenken müssen. Und die Eigenschaft des Gehirns, die sogenannte Neuroplastizität, sich auch im hohen Alter noch neue Dinge zu erlernen, oder ganz im Extremfall, wenn bestimmte Hirnbereiche ausfallen, Sprachbereiche oder Ähnliches, dann kann das Hirn sich darauf einstellen, indem andere Bereiche diese Funktion übernehmen. Das ist einfach eine ganz andere Art, über Organisationen nachzudenken, also viel mehr organisch aus der Biologie, aus den Ökosystemen kommend und weniger stark und hierarchisch. Das ist vielleicht etwas, was man mit agiler Transformation auch bezeichnen könnte. Da gibt es dann die entsprechenden Quellen auch dazu, da geht es nicht im Detail darauf ein, könnt ihr gerne mal im Detail danach lesen, wenn euch das interessiert. Den Taylor auf der einen Seite, 1911, mit dem Scientific Management, ganz wichtiger Beitrag eben an der Stelle, die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Revolution in die Arbeitswelt zu bringen, also zu sagen, wir machen es nicht mehr so, wie wir es schon immer gemacht haben, sondern wir messen, wir versuchen wirklich Effekt, Ursache und Wirkung zu bestimmen. Wir machen Studien, die Time-in-Motion-Studies, die gemacht worden sind. Also das ist ganz, ganz wichtig, das sollten wir auch nicht verlieren. Aber eben auch die Trennung von Hand- und Kopfarbeit, das ist ja heute schon nicht mehr so, wie es damals war, obwohl es oft beklagt wird. Heute ist es, glaube ich, schon so, dass ein Softwareentwickler in einem komplexen Themenfeld natürlich seine Arbeit selber planen, vielleicht dem Chef noch Ziele vorgibt, aber in der Regel weiß schon der direkte Chef gar nicht mehr so genau, was der jeweilige Gewissensarbeiter da tut und kann ihm vielleicht auch gar keine konkreten Tipps geben, weil er sich da überhaupt nicht auskennt. Das hat man dann schon Mitte des letzten Jahrhunderts gesehen. Peter Drucker so als einer der ersten, der Ende der 50er Jahre das Thema Knowledge Work definiert hat oder die Knowledge Worker als bestimmte Berufsgruppe. Man spricht von in den OECD-Ländern von ungefähr 20 bis 25 Prozent Knowledge Worker in der Gesellschaft. Da kann man sich dann ausrechnen bei 42 Millionen Arbeitskräften, die wir jetzt hier in Deutschland zum Beispiel haben, wie viele das ungefähr sind. Um die muss man sich kümmern und für die muss man eben auch die Management-Systeme so umbauen, was wir unter dem Label Knowledge Management verstehen, dass die einfach diese Wissensarbeit fördern, Freiräume geben, den Leuten Zeit zum Lernen geben, akzeptieren, dass man zwar Zeit für was ausgibt, man geht auf ein Barcamp, aber man kann seinem Chef nicht sagen, warum, an welcher Erfahrung man da profitiert. Also es ist einfach eine ganz andere Art und Weise als das Management, wie es wir aus dem 20. Jahrhundert kennen. Hat natürlich dann auch mit Dezentralisierung von Management-Funktionen zu tun. Also ich kann nicht mehr Top-Down durchregieren und sozusagen bis zur letzten Schraube, die irgendwo verbaut wird, genau sagen, wie es funktioniert. Ich muss akzeptieren, auch als Führungskraft, als Top-Manager, dass ich eigentlich nur noch kontextuelle Steuerung machen kann, also Rahmenbedingungen gestalten kann, aber eben nicht mehr die Arbeit im Detail. Ja, da gibt es ja auch das Schlagwort der organisationalen Ambidextrie, weil es natürlich nicht so ist, dass wir jetzt Tabula rasa machen, alles, was in Vergangenheit war, wegschmeißen und unsere Organisation auf der grünen Wiese neu aufbauen. Natürlich ist in den ganzen Abläufen, in der Organisationsstruktur, in der Art und Weise, wie man Projekte macht, ganz viel Wissen kodiert. Das würde man damit sozusagen verlieren und so eine Art organisationale Demenz sich ins Haus holen. Deswegen ist wichtig, auf der einen Seite diesen Fokus auf der formellen Organisation zu behalten, mit der klassischen Hierarchie oder Aufbauorganisation. Dann, was mit Toyota begonnen hat, sehr viel mehr der Fokus auf Prozesse, also so das Thema Flow, wie laufen Prozesse durch die Organisation, dass es da nicht so viel Reibung gibt an Abteilungsgrenzen, dass es Prozessverantwortliche gibt, die sehr viel mehr das Auge auf den Flow richten, als auf lokale Fürstentümer, wie das in der Hierarchie oft der Fall ist. Und natürlich in ganz vielen Fällen macht man Dinge, die neu sind. Das ist dann das ganze Thema Projektorganisation, wo es dann darum geht, ich habe noch gar keinen Prozess, sondern ich muss irgendwas erstmalig machen. Dementsprechend brauche ich Projektmanager. Vor einigen zehn Jahren war das auch noch sehr hierarchisch organisiert, so V-Modell und solche Projektmethoden. In letzter Zeit ist das sehr viel mehr auch ergänzt worden, zumindest durch das Thema agiles Projektmanagement. Projektmanagement, Scrum vielleicht als ein Stichwort, wo man wirklich in so Sprints taktweise plant, weil man sagt, ich kann nicht mal mehr die Laufzeit von einem Projekt von einem halben Jahr oder Jahr überblicken und durchplanen, muss agiler werden. Auch in dem Bereich würde ich die formelle Trainingsorganisation sehen, also sprich, die meisten Firmen haben so eine Art Weiterbildungskatalog wie eine Volkshochschule, kann man sich Kurse aussuchen, mit oder ohne Führungskraft, gibt eine jährliche Bedarfsabfrage, also auch sehr, sehr formal organisiert. Ambidextrie heißt jetzt Beidhändigkeit, aus dem Lateinischen, ich muss eine zweite Seite der Organisation mitsehen und gestalten, hat er gesagt, Business Management als Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Und da haben wir mal hier in Anlehnung an das sogenannte Dual Operating System von dem Change Management Experten John Kotter die informelle Organisation entgegengestellt mit Netzwerken, mit Communities, Communities of Practice, die ist Communities of Interest. Das sind nicht, wie es vielleicht die Grafik nahelegen könnte, andere Menschen, sondern Menschen aus der Hierarchie, Menschen aus den Prozessen, Menschen aus Projekten sind gleichzeitig auch Teil dieser Netzwerke oder Communities. Mag heißen, dass jemand, der sich mit einer bestimmten Technologie oder Werkstoff in einer Abteilung befasst und jemand, der sich mit der gleichen Technologie oder Werkstoff in einer anderen Abteilung befasst, dann in einer Community of Practice zum Umgang mit diesem Werkstoff sind. Heißt für mich als Organisation und als Management auch, ich muss Leuten Zeit geben, in diesen Netzwerken und Communities aktiv zu sein. Ich kann nicht sagen, hier drüben in der formellen Organisation verplane ich 100% der Zeit oder wie das oft der Fall ist, eher so 120. Also es dreht ja in der Regel niemand Däumchen und hat viel Zeit übrig. Sondern ich muss sagen, ich muss den Leuten Lernzeit geben. Google 20% Zeit als so ein Stichwort. Vielleicht fängt man auch erst mal mit 10% an. Aber ich muss den Leuten das Signal geben, wir wollen, dass ihr euch in Netzwerken austauscht, dass ihr Erfahrung weitergebt, dass wir nicht in jedem Projekt die gleichen Fehler machen, sondern eben über Communities und Netzwerke solche Erkenntnisse und Erfahrungen geteilt werden, sodass wir eben beim nächsten Mal schneller sind. Und auch das ist so ein bisschen kontraintuitiv vielleicht für Management und Führungskräfte als Teil der Mitarbeiter, weil man ja ganz gern so im Blick hat, was machen denn die Leute und arbeiten die gerade was, sitzen die am Arbeitsplatz, merkt man jetzt auch mit dem Homeoffice, dass da der eine oder andere Schwierigkeiten hat. Und wenn ich jetzt sage, ich fördere so Netzwerke und Communities, dann gehen die vielleicht Nachmittag mal, Freitagnachmittag in die Kantine, trinken einen Kaffee und ich kann ja gar nicht so genau sehen als Führungskraft. Tauschen die da Wissen aus oder hacken die neue Pläne, neue Innovationen auf einer Serviette oder trinken die einfach nur einen Kaffee. Also da hat man vielleicht ein mulmiges Gefühl, aber das gilt es eben zu überkommen. Gibt es ja auch viele Beispiele, sagen wir so Produkte wie Google Mail oder auch der Newsreader von Google kommen genau aus dieser 20% Zeit, bringt Google Milliarden und ist sozusagen nicht nur ein Good Deal, Leuten auch mal einen Kaffee zu spendieren am Nachmittag. Also das hat richtig Auswirkungen auf Bottom Line. Status Quo des organisationalen Lernens breite ich jetzt nicht zu sehr im Detail aus. Ich beobachte das immer so ein bisschen am Rande, sage auch gleich, warum am Rande, weil sich in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten da gar nicht so viel bewegt. Es gab jetzt auf Twitter ganz viel Diskussionen, ob jetzt nicht die Krise dazu führt, dass irgendwie das Lernen totalen Schub bekommt, weil alle eher am Rechner sind und digitales Lernen ganz toll ist und Videokonferenzen super funktionieren. Die Zahlen gibt es jetzt für Deutschland noch nicht, weil der Bildungsbericht nicht jedes Jahr rauskommt und auch natürlich die Pandemie noch gar nicht hätte berücksichtigen können. Aber in dem Bericht von 2018 ist die letzte Wirtschaftskrise drin, also 2007, 2008, wo man sieht, dass es durchaus da keine Sprünge gibt, keinen Quantensprung, dass jetzt auf einmal sehr viel mehr Mitarbeiter an Weiterbildungen teilnehmen. Das ist jetzt hier mal nur die Teilnahmequote, die irgendwo bei der Hälfte liegt. Wenn man da noch ein bisschen detaillierter reinschaut, wie viele Stunden sind denn das pro Jahr, wo ich so am Weiterbildungsbetrieb teilnehme und das mal mit den ganzen neuen Entwicklungen in Beziehung bringt, denke ich mir immer, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Wenn da so zwei Tage im Jahr stehen, wie will ich denn da bei neuen Themen wie 5G, Künstliche Intelligenz und so weiter auf dem Laufenden bleiben. Was man auch sehen kann, dass das tendenziell sozusagen in großen Organisationen, also hier rechts 250 und mehr Beschäftigte, mehr gemacht wird als in kleinen und was man generell auch sagen kann, wenn ihr euch dann im Nachgang vielleicht mal in den Folien die Legende unten anschaut, dass auch jetzt hier in so einem Bildungsbericht eigentlich immer nur der Fokus auf dem formellen Lernen liegt. Also hier das Blaue, was überall stark ausgeprägt ist, sind externe Kurse, Lehrgänge und Seminare, gefolgt von orange interne Lehrgänge, Kurse und Seminare. Dann das Lilla ist Weiterbildung am Arbeitsplatz, Teilnahme an Vorträgen. Also das, was ich auf der Folie vorher gezeigt hatte, diese informelle Welt des Lernens, diese Netzwerke, diese Communities, die tauchen da bisher noch gar nicht als Kategorie auf. Also da wird man mal gucken, ob in den nächsten Jahren sich sozusagen da was ändert. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat sich im Lernen im letzten Jahrzehnt nur marginal was getan an diesem Modell, wie wir es auch aus Schulen, Hochschulen oder der Volkshochschule kennen. Es gibt einen Katalog mit Maßnahmen, es gibt Klassenraum-Training sozusagen, heißt nicht Unterricht, sondern Training. Da, wo man das skalieren kann und will, wird es eben in E-Learning, in Web-based Trainings, Computer-based Trainings überführt. An den einen oder anderen Stellen gibt es mal Experimente mit Chatbots oder so Dingen oder mal mit Videoplattformen. Aber im Großen und Ganzen ist das doch bisher recht konstant geblieben. Ja, dann gibt es so ein bisschen eine andere Seite des Lernens in Organisationen, wo vielleicht Leute eher den Blick drauf haben, die aus dem Wissensmanagement-Feld kommen, weil das viel mehr das Betätigungsfeld auch bisher war. Ich habe hier mal den Harold Yatschi rausgepickt. Der hat 2012 in dem Blog, habe ich euch unten rechts in den Folien auch verlinkt, mal getitelt Working is Learning and Learning is the Work. Das ist ja erstmal eine bisschen revolutionäre Aussage, weil ich finde in vielen Organisationen, wo ich so bin, da hat man immer so das Gefühl, wenn jemand am Arbeitsplatz sitzt, dann arbeitet er und dann muss er zweimal im Jahr in die Akademie und nimmt da einen Kurs teil und da lernt er dann hoffentlich nicht zu lang, hoffentlich kommt er möglichst schnell wieder zur Arbeit zurück. Und mit dem Statement von dem Harold ist eigentlich so die Botschaft da, das sind eigentlich zwei, ich mache einen Kategorienfehler, könnte man sagen, weil ganz viel, was ich lerne, sozusagen bei der Arbeit passiert und ich im Pausengespräch mit anderen Kollegen dieses Wissen an diese weitergebe und das auch ein Lernprozess ist und da meine formelle Weiterbildungsorganisation eigentlich überhaupt nichts mit zu tun hat, das wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommt. Er geht sogar so weit, dass er sagt, we've come to a point, also wir sind einem Punkt angelangt, wo man das Lernen in Organisationen nicht länger HR und Trainingsabteilungen überlassen kann. Also es wäre quasi fahrlässig, sich darauf zu verlassen, dass das Lernen, was ich brauche, um zukunftsfähig zu sein, um als Organisation in Zukunft überleben zu können und erfolgreich zu sein, wenn ich das sozusagen nur eine HR-Funktion oder eine Trainingsabteilung überlassen würde. Weil, das ist der Grund, der nennt sozusagen dieses ganze Emerging, also diese aufkommenden neuen Themen, Muster, die ich erkenne in der Arbeit, Probleme gemeinsam zu lösen, neues Wissen zu entwickeln, wie man diese Probleme lösen kann, das sind eben essentielle Fähigkeiten, die ein Unternehmen haben muss. Das ist genau, was er meint, mit diesem Lernen ist Arbeiten. Und das sind Dinge, die dann vielleicht Jahre später, wenn sich irgendwas als gute Praxis herausgestellt hat und ich zu der Einsicht gelangt bin, das müssen alle Leute in der Organisation wissen, eben auch in einem Kurs oder in einem Seminar alle vermittelt wird, aber an der Front, wo dieses Wissen geschaffen wird, dort habe ich eben sehr wenig mit formeller Weiterbildung zu tun. Das ist im Kern, kann man auch sagen, identisch die Aussage mit dem oft zitierten 70-20-10-Modell, was ja im Wesentlichen sagt, dass nur 10% des Wissens, was ich brauche, aus dem formellen Lernen kommen, 20% aus dem informellen Lernen oder through others, heißt glaube ich in der Originalstudie, könnt ihr gerne mal Wikipedia nachlesen, gibt es eine schöne Seite zu 70-20-10-Modell, wo man auch liest, dass Studie so in Anführungszeichen gesetzt wird, das ist eine relativ kleine Stichprobe Anführungskräften, die da befragt worden sind, aber so griffige Titel, die sprechen sich immer ganz gut rum, deswegen wird die 70-20-10-Modell sehr oft verwendet und die 70% eben dieses On-The-Job-Experience, also ich werde ins kalte Wasser geworfen, muss irgendein Problem lösen, ein Projekt zum Abschluss bringen und von Google über YouTube Kollegen fragen, an Veranstaltungen teilnehmen, nutze ich da eben alle Quellen, die es nur gibt, um mich da eben zu informieren. Und das würde heißen, die Aussage vom Harold ist eigentlich gar nicht so richtig neu, sondern auch bisher schon war es so, dass ich ja mit der Weiterbildung und dem Training nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz des relevanten Lernens für die Organisation abgedeckt habe, nur um die anderen 90% hat sich eben bisher noch niemand systematisch gekümmert und ich denke, das ist eine Aufgabenstellung für die nächsten Jahrzehnte, das eben mehr in den Blick zu nehmen. Da kommt auch der Titel jetzt meines Vortrags her, ich habe einfach mal gesagt, wenn Arbeiten und Lernen verschmilzt, könnte es ja eine Hypothese sein, dass die Tools, die wir bisher vielleicht gar nicht als Lerntools sehen, Tools meine ich jetzt sowohl technische Tools als auch Methoden, dass die Tools vielleicht auch Lerntools sind und wir die eben, diese zwei Töpfe nicht so getrennt sehen können, sondern dass wir die eben in Kombination betrachten müssen. Wie sieht da so der Tool-Bereich aus im Arbeitsumfeld? Ich weiß nicht, wer so zur Zeit von Web 2.0, also so 2003, 2004 in dem Thema aktiv war, der hat vielleicht erst mal so die Zeit mitbekommen, wo auf einmal so ganz viele Logotapeten aufgetaucht sind, wo dann Facebook und MySpace und wie sie alle hießen draufstehen, irgendwann sind die so übersichtlich geworden, dass man versucht hat, die zu kategorisieren. Unten auch wieder in der Fußnote der Link zum Conversation Prism. Da hat man jetzt hier außen in dem Ring so Kategorien, kann man jetzt wahrscheinlich im Livestream nicht lesen. Ich lese mal ein paar vor, sowas wie Social Networks, wie Blogs, Micro Blogs, Social Commerce, Social Signals und Streams, Location-Based Services, Wikis, Enterprise Messaging, also sprich so WhatsApp im Unternehmen, Slack sieht man hier, Client, Skype. Also so im Kern die Idee, dass sich eigentlich die Vielfalt der Tools total aufspreizt. Ich habe auch immer die Hypothese, wenn man wissen will, wie das Intranet in zehn Jahren aussieht, muss man in das Internet heute schauen. Also die Intranets laufen so ungefähr zehn Jahre dem Internet hinterher. So ein paar Beispiele wären, Blogs sind irgendwie 1995 aufgekommen, 2005 war so die große Welle von Blogs in Unternehmen. Wikis im Internet gab es 1998, da war so 2007-2008 die große Einführungswelle von Wikis im Unternehmen. Soziale Netzwerke mit Friendster zum Beispiel 2002 und so 2011-2012 gingen Einführung von sogenannten Enterprise Social Networks in Unternehmen wie Bayer, BASF, dann Bosch und so weiter los. Also das heißt, das ist eine ganz gute Geschichte, um mal so zu gucken, was werden denn die Plattformen sein, die wir in zehn Jahren in Unternehmen haben. Was haben wir heute? Wir haben das ganze Themenfeld mit Office und Produktivität, sei das das Standard Office, sowas wie die G Suite von Google, Office 365 ein Riesenthema im Moment, wo es auch ganz viel eigene Literatur, Links, Webseiten gibt zum Thema Lernen mit Office 365 oder virtuelle Klassenraum mit 365. Dann das ganze Themenfeld Chat und Messenger, also dieser Austrau, schnell Leute fragen, schnell kommunizieren, Echtzeit vielleicht als Schlagwort, sei das Teams, sei das Slack, RocketJet, Threema, Telegram, also auch da ein großer Blumenstrauß an Tools. Dann natürlich das ganze Thema soziale Netzwerke, sowas wie Xing, LinkedIn, Facebook, kennt man aus dem Internet, intern, Yammer, Connections, Jive, also alles, wo ich so ein bisschen ein Profil habe, mich mit anderen vernetzen kann, über Statusupdates oder Microblogs, kurze Nachrichten absetzen kann, so wie das bei Twitter auch der Fall ist. Das ganze eben, wie gesagt, extern oder intern. Dann natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit ein großes Thema gewesen, Videokonferenzen, also sozusagen synchron miteinander in einer Videokonferenz zu sein, mit Tools wie GoToMeeting, wie Microsoft Teams, Skype, Skype for Business, Zoom, solche Geschichten. Ich mache da immer den Hinweis, man ist ja geneigt, wenn man sozusagen von Präsenz in die Virtualität sozusagen geschubst wird oder gezwungen wird, sozusagen alles eins zu eins auch im Virtuellen abzubilden. Also man hat gesehen, dass ganz viele Teams und Abteilungen versucht haben, ihre Arbeit mit den gleichen Meetings, den gleichen Agenten eins zu eins ins Virtuelle zu überlagern. Da gibt es von dem Matt Mullen weg, sehr schönen Beitrag auf Medium, Five Levels of Remote Work, wo er sagt, das ist sicher eine Stufe, die man erreicht. Man soll aber darüber nachdenken, welche Dinge, die ich bisher synchron gemacht habe, also zeitgleich gemacht habe, kann ich denn in den neuen Medien auch asynchron abbilden. Also wo kann ich zum Beispiel ein Chat verwenden und dafür fallen mir Videokonferenzen weg oder werden deutlich kürzer, weil dieses ganzen Tag in Videokonferenzen herumhängen, was ein sehr anstrengender Prozess ist, mittlerweile ja auch mit Zoom-Fatigue, mit einem Fachwort schon belegt ist, also da deuten die Zeichen darauf hin, dass so ein 1, 2, 3-Tagestraining, dass keine gute Idee ist, da die Leute 8 bis 24 Stunden in eine Videokonferenz zu pressen. Als Letztes noch das ganze Thema soziale Medien im Unternehmen, also Weblogs, Wikis als Stellvertreter, sowas wie Confluence, Doku-Wiki, Media-Wiki, WordPress, also Blog-Plattformen, die Wikipedia als Plattform. Also das ist so im Wesentlichen der Blumenstrauß, den wir in den Organisationen vorfinden. Jetzt könnte man sagen, was hat das denn mit Lernen zu tun? Das sind ja alles Tools zum Zusammenarbeiten oder um Arbeit zu organisieren. Da habe ich euch mal rausgesucht, die aktuelle Ausgabe der Umfrage von der Jane Hart, die ermittelt jedes Jahr, ursprünglich waren es mal die Top 100 Tools for Learning, mittlerweile sind sogar schon die Top 200 Tools for Learning. Das funktioniert einfach so, dass man eine offene Umfrage im Internet hat, kann die da ausfüllen, kann man quasi eintragen, was sind die 10 Tools, die ich am häufigsten für mein Lernen verwende. Also wo ich sagen würde, da lerne ich am meisten, damit lerne ich am meisten oder lehre am meisten. Die sammelt sie dann ein. Ich habe sie unten mal reingeschrieben, 2019er Ausgabe, hat ungefähr 2500 Einreichungen. Das ist so das N quasi der Studie. Und daraus macht sie dann ein Ranking, einfach was wird am häufigsten genannt. So und da fällt auf, finde ich, wenn man sich hier links mal die Top 10 anschaut, dann ist da überhaupt kein Tool dabei, was man so in die klassische Lerntool-Welt stecken würde. Also da ist mit YouTube, je nachdem wie man es sieht, ein soziales Netzwerk oder eine Videoplattform drin. Da ist eine Suchmaschine drin, da ist PowerPoint drin, ganz eigenartig. Da ist Twitter. Twitter war jahrelang auf Platz 1, wo so vielleicht der eine oder andere, der Twitter nur aus den Nachrichten vom orangenen Präsidenten kennt, sich denkt, was hat das denn mit Lernen zu tun? Aber das ist ein ganz, ganz interessantes Tool, um eben sehr, sehr schnell Wissen zu gewinnen, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen. Und man muss diese Liste hier ziemlich weit nach hinten gehen. Entschuldigung. Hier bis zu LinkedIn Learning, ehemals Lündler, wo man so zu der ersten LMS-Plattform vielleicht kommt, wenn man so will. Oder hier bei Articulate, wo man dann bei einem Autoren-Tool ist. Also man kann sagen, wenn die Leute die Frage beantworten, womit lernen sie am meisten, dass sie dann die Antwort geben, sie lernen am meisten auch heute schon mit Tools, die man eigentlich vielleicht eher in dem Arbeitstool-Bereich verorten würde. Das ist eigentlich erstmal eine ganz gute Nachricht, weil das bedeutet, dass die ganzen Praktiken und so weiter schon da sind, die Leute die Plattformen kennen und ich jetzt eigentlich darauf aufsetzen kann und nur als PEler, als Trainingsmensch, meine Scheuklappen etwas weiten muss und sagen muss, da wo wir bisher unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Tools gerichtet haben, betrachten wir jetzt ein viel, viel breiteres Spektrum von Werkzeugen eben zusätzlich als Lern-Tools. Die Jane Hart hat es auch nochmal schön visualisiert und versucht in so Gruppen, Gruppierungen sozusagen zu überführen. Gibt es diese Infografik, Model Professional Learners Toolkit, also was verwende ich eigentlich wofür, wo auch schnell die Frage beantwortet ist, gibt es denn das eine Tool, was ich fürs Lernen verwende oder vielleicht die zwei, drei, weil ja oft Leute klagen, die ganze Tool-Vielfalt, also man sieht, dass so ein Lerner durchaus in der Lage ist, mit einem gewissen Ökosystem von Tools auszukommen. Das ist auch das, was der David Weinberger in seinem Buch Unified Theory of the Web beschrieben hat, dass es eben nicht mehr das eine monoloidische System gibt, was alles kann, sondern sein Schlagwort war Small pieces loosely joined. Also es gibt quasi kleine Tools, die einzelnen Dinge sehr gut können und die ich eben zusammenbaue. In meiner Disziplin Wissensmanagement war es ganz, ganz früher mal so, dass man versucht hat, unter dem Label Wissensmanagement-System die eine Eier legende Wollmilchsau zu bauen. Da war aber schnell klar, dass sowas nicht funktioniert. Web 2.0 und diese Ökosystem-Idee ist eigentlich die Antwort, wie es funktionieren kann. Genau, so als letzter Call to Action sozusagen, letzte Folie für die Praxis. Um diesen Blick mal so ein bisschen zu weiten, habe ich euch so eine kleine Tabelle in die Folien reingenommen, die nur auf der linken Seite ausgefüllt ist, nachdem man einfach verwenden kann in einem L&D-Team oder in einem Akademie-Team, wenn man über Strategie und über Zukunft spricht, um mal so zu gucken, was für Arbeitstools sind denn in der Organisation schon vorhanden, die entweder schon fürs Lernen genutzt werden oder wo ihr gar nicht wisst, dass sie fürs Lernen genutzt werden, aber es gibt schon, was weiß ich, eine Community eurer Softwareentwickler, die sich rege auf Microsoft Teams austauscht, also wo es darum geht, zu entdecken, wie Leute diese Tools verwenden und wo man dann entlang der Kategorien, die könnt ihr auch gerne ändern oder erweitern oder ergänzen, die hat keinen Anspruch auf Wirklichkeit, einfach mal schauen könnt, was hat man denn intern für Tools, vielleicht auch extern, wenn man schon so weit ist, dass man sagt, man kuratiert externe Inhalte für internes Learning, lässt sich gar nicht mehr Kurse neu bauen, sondern macht nur noch Kurationen und schaut dann mal hier durch, was gibt es da für Tools verfügbar. und schreibt dann in die rechte Spalte mal rein, wie wollen wir denn in Zukunft diese Tools, diese eigentlichen Arbeitstools für das organisationale Lernen einsetzen, um damit einfach euer Portfolio an Tools zu erweitern. Das ist alles, was passiert nicht von heute auf morgen. Das braucht ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen, soll ich sagen, Change Management, es gibt ja diese schönen Change-Kurven, dass erst mal, wenn man mit einem eingefleischten L&D-Mensch spricht, erst mal so eine Abwehrhaltung da ist und sagt, wir wollen bei uns in schönen alten Lerntools bleiben. Da hatte ich ja die Botschaft schon drin in den Folien, die werden auch bleiben für das formelle Lernen, aber für den Erfolg in Zukunft sind eben zu 90 Prozent auch andere Tools relevant und die lohnt es einfach mit auf den Schirm zu nehmen, um eben auch ein gewisses Standing und eine gewisse Zukunftsfähigkeit als Disziplin in der Organisation zu haben. Ja, soweit von mir. Ich habe hier meinen Kontakt rein, wenn ihr den QR-Code scannt, habt ihr meine Visitenkarte direkt auf dem Handy, bin auf Twitter und Co. unter at simondueckert erreichbar, wer noch E-Mail schreibt, unter simondueckert.cognion.de und ich habe die Folien unter bit.ly slash lndpro 20 dueckert bereitgestellt. Wer die haben will, könnt ihr gerne verwenden. Und jetzt bin ich gespannt, ob im Chat Fragen aufgekommen sind, ob es auf Twitter Fragen gibt und gebe erst mal die Moderation wieder in die Hände von Sebastian. Ja, vielen Dank, Simon, für den Vortrag und auch, dass du hier so toll deine Kontaktdaten mit uns allen teilst, denn die Frage nach den Folien und nach den Links ist schon aufgekommen. Das ist ganz besonders gut. Da können sich alle direkt gleich versorgen. Eine Frage, die schon aufgekommen ist, wie schafft man es denn, Social Media-Börse Mitarbeiter für die Nutzung dieser Tools zu motivieren? Ja, spannende Frage. Also es war jetzt eine lange Zeit, wo man so Sachen einfach erst mal bereitgestellt hat und gesagt hat, die Nutzung dieser Tools ist freiwillig. Da kriegt man so die, die vielleicht ohnehin affin sind, vielleicht 10, 20 Prozent. Und andere, da hält sich nach wie vor so die Idee, so wie Facebook, Social Media im Unternehmen, das ist was für die Katzenbilder und hat nichts mit der Arbeit zu tun. Also da wäre ein Schritt, sozusagen diese Tools auch zu offizialisieren, dass ganz offiziell Prozesse der Organisation oder Informationen, die ich für die Arbeit brauche, in diesen Tools abgebildet sind. Ich habe mal auf einer Konferenz von Lufthansa jemand, glaube ich, gehört, der gesagt hat, unser Wiki hat dann angefangen zu funktionieren, als jemand aus einem Management gesagt hat, Wiki-Time ist Work-Time. Also das ist nicht so die Wikipedia, die ich mal Freitagabend schreibe, wenn ich Zeit habe, sondern das essentielle Bestandteil meiner Wissensarbeit. Im schulischen Bereich gibt es auch so, heute mal auch von Lehrern, dieses, es ist wichtig, den Leuten erstmal viel Freiraum zu lassen, also das berühmte Katzenbild, was man vielleicht postet, was als Katzenbild erstmal überhaupt keine wichtige Funktion hat, außer, dass jemand die Funktion kennenlernt, ich kann da was posten, ich kann was beitragen und es passiert nichts Schlimmes. Also das heißt, das ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung, dass man da erstmal akzeptiert, dass in so sozialen Netzwerken ganz viel Watercooler, Chat und Sachen passieren, die vielleicht erstmal nichts direkt mit Arbeit zu tun hat, das würde ich auch überhaupt nicht eindämmen. Die Leute müssen erstmal die Plattformen kennenlernen und kommen dann sehr schnell drauf, wie man sie auch für Arbeit verwenden kann. Vielleicht ein dritter Punkt noch, Upskilling ist wichtig. Also wir haben gesehen, YouTube ist eine Plattform, die weit vorne liegt. In der Regel habe ich auf meinem Arbeitsrechner keinen Videoproduktions-Tools, da kann ich auch beibringen, wie kann ich mit PowerPoint ein Screencast machen, wie kann ich mit dem iPhone ein Handy drehen, damit ich eben auch so Unboxing-Videos und Tutorials, wie es sie auf YouTube gibt, eben auch auf den internen Plattformen bekomme. Und bei welchen Arbeitstools siehst du viel Potenzial zum Lernen? Also für mich ist so das Thema Chat was ganz wichtig ist, weil ja oft so aus dem Kontext setzt der Wissensdokumentation, man will irgendwas dokumentieren, um Leuten was beizubringen, das klingt immer gleich so mühsam und aufwendig und macht ja so wenig Zeit. Der Chat oder die Chat-Tools haben den Vorteil, A, dass man es aus dem Privaten sehr stark gewöhnt ist, also kein Sportverein, ohne WhatsApp-Gruppe, sage ich immer. Leute kennen das so, diese schnelle Kommunikation. Und man hat jetzt so Aspekte, wie wenn ich ein Problem habe im Büro, vielleicht fluche ich kurz, dann kriegen das Leute um mich rum mit und versuchen mir zu helfen. Oder ich frage schnell über den Schreibtisch. Wenn man so ein unternehmensinterner Chat ist jetzt eigentlich genau dieser Hub, diese zentrale Plattform, wo ich diese Frage stellen kann, aber nicht nur die zehn Leute, die mit mir im Büro sitzen, das mitbekommen, sondern vielleicht die 10.000, die in der Organisation sind und da gerade in dem Feed mitlesen. Das ist so, wenn ich eine Frage auf Twitter poste. Deswegen sehe ich da eigentlich diese Twitter- und Chat-artigen Tools, also entweder öffentlich oder ein bisschen versteckt. Chat ist ja meist nicht so ganz öffentlich. Das sehe ich als die, die das größte Potenzial haben, sozusagen diesen Marktplatz des Wissens herzustellen. Die einzelnen Leute kommen dann schon drauf, wenn ich die gleiche Frage zehnmal gestellt bekommen habe und im Chat beantwortet habe, dass ich dann im Wiki mal dokumentiere. Das sind die wichtigsten zehn Tipps und Tricks und in Zukunft beantragen, wenn man nur den Link verschickt. Als zweites vielleicht das ganze Thema Multimedia. Also sowohl Video als ein Thema. Videos aufnehmen, Sachverhalte erklären, zeigen. Wenn man mal auf YouTube so ein bisschen tiefer bohrt, findet man ganz viel Inhalte, angefangen von Vorlesungen, aber eben auch Hands-on-Tutorials, wo einem Sachen gezeigt werden, Screencasts. Und noch ein bisschen schlummernd in Unternehmen, aber immer mehr im Kommen das Thema Podcasting. Also quasi Audio für den Wissenstransfer, wo man mit ganz wenig Stunden, ein bisschen Tag Einweisungen und sehr, sehr günstigem Equipment in der Lage ist, in quasi Radioqualität Podcasts zu produzieren, wo dann mal auch in einer halben, dreiviertel Stunde ein Experte irgendein Sachverhalt erklärt, was ich dann für Onboarding von neuen Mitarbeitern verwenden kann oder eben als Ersatz für eine Konferenz beispielsweise. Also das wäre so. Wie kann man den Mitarbeitern beibringen, welches Tool für welchen Zweck anzuwenden ist? Oder muss man das Ganze gar nicht so ganz genau festlegen? Wo findet zum Beispiel die Wissensspeicherung und Weitergabe statt? Also ich glaube, die erste Frage ist leicht zu beantworten. Das kann man Ihnen nicht beibringen, weil soziale Medien, das hat Professor, der Armin Richter, Professor Koch in München, die haben das mal schön rausgearbeitet, eine zentrale Eigenschaft von sozialen Medien ist, dass sie nutzungsoffen sind, also sogenannte Nutzungsoffenheit. Das bedeutet, dass anders als ein Newsletter-Tool oder ein Customer Relationship Management System, dem ja ein Zweck eingebaut ist, die ich so einem sozialen Medium selber einen Zweck geben muss oder als Team einen Zweck geben muss. Von E-Mails kennt man es vielleicht, das wird als das verwendet, was es eigentlich ist, nämlich eine elektronische Post von Mensch zu Mensch. Manche Leute verwenden das aber mit CC an alle Mitarbeiter quasi als Newsletter-Tool oder sie verwenden es als Dateiablage. Also auch da hat man ja schon so eine Art Nutzungsoffenheit. Bei sozialen Medien ist das noch viel extremer. Das heißt, ich kann das Aufgabenmanagement in einem Team machen mit einem Ticketsystem, ich kann das in einem Wiki machen, und ich kann das in OneNote meinetwegen machen, in Evernote. Und das bedeutet, dass es a ganz wichtig ist, in breite Digital Literacy-Programme aufzusetzen. Wir haben auch so vor einer ganzen Weile schon gestartet, so erstmal ein Label Web 2.0-Führerschein, dann Digital Literacy-Workshops, wo man Leuten einfach beibringt, das sind Toolklassen, das können die gut, das können die nicht so gut, hier gibt es Überlapp, damit jeder erstmal in der Lage ist, überhaupt zu wissen, was es gibt und zu entscheiden, was vielleicht für den eigenen Kontext gut ist. Finnland hat es auch als Land gestartet, da kriegen das alle Bürger sozusagen beigebracht. Und dann, denke ich, ist es wichtig, dass ich im jeweiligen Kontext, also mal zusammenarbeite in der Abteilung oder lerne in der Abteilung, lerne in dem Projekt, mich als Team zusammensetze und so einen kleinen Vertrag, Collaboration Contract, gibt es ganz verschiedene Begriffe dafür, mache, wo wir sagen, diesem Tool geben wir diesem Zweck, also das verwenden wir dafür, damit wollen wir die E-Mail-Last reduzieren, alles, was wir lernen, beschreiben wir in Lessons-Learn-Podcasts, die auf der Plattform stehen. Also man kann ihnen leider nicht direkt den Kompass oder den Wegweiser oder den Entscheidungsbaum geben, sondern man kann nur die Kompetenz steigern, das Richtige auszuwählen und sie darauf hinweisen, dass man eben in einem Team sich auf ein bestimmtes Set von Tools dann auch einigen muss. Und könntest du uns zum Schluss noch kurz beschreiben, wie denn konkret die Umstellung auf asynchrone Kommunikation befördert werden kann und wo da der große Nutzen liegt? Naja, ich kann mir vorstellen, viele der Leute, die jetzt dabei sind, werden ja in den letzten Wochen im Homeoffice verbracht haben, wo man erst mal so mitbekommt, vorher in Präsenz, so 9 to 5 nehmen wir mal als Beispiel, die Leute haben so eine Kernzeit, wo alle da sind, wo es relativ problemlos ist, alle zu einem Meeting an einen Ort zu bringen. So, jetzt sind alle im Homeoffice, dann habe ich schon der eine versorgt die Kinder, der eine hat vielleicht früh erst ein Leistungshoch, der andere Nachmittag. Also es wird schon viel, viel schwieriger, synchrone Zeiten zu finden. Gleichzeitig gibt es einige Organisationen, mit denen wir arbeiten, die haben dann Kurzarbeit, dann hat der eine nur Montag, Dienstag gearbeitet, der andere Donnerstag und Freitag. Also da gab es dann so physische Gründe, warum ich sozusagen nicht nicht synchron zusammenarbeiten kann. Und man stellt fest, das geht ganz gut. In dem Moment, wo man anfängt, eine schriftlichere Kultur zu pflegen, also Sachen aufzuschreiben, was ohnehin eine gute Idee ist, entbindet man sich sozusagen davon, alle Sachen synchron machen zu müssen. Gleichzeitig wird viel mehr dokumentiert. Die Leute können dann arbeiten, wann es ihnen passt. Es gibt so Firmen wie Automatic zum Beispiel, die Macher von WordPress. Da sind die Mitarbeiter 1200 Stück über den ganzen Globus verteilt, das heißt in verschiedenen Zeitzonen. Wenn ich da alles synchron erzwingen würde, dann müsste ich, was weiß ich, der eine muss dann früh um sechs aufstehen für ein Meeting, der andere nach zum Elf noch ein Meeting machen. Also da geht es dann gleich gar nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass es ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringt, das asynchrone Arbeiten eben auch zu kultivieren in der Organisation. Dazu muss ich es ein bisschen schriftlicher machen. Und ein ganz konkretes Beispiel wäre so ein Daily Stand-Up-Meeting. In der agilen Arbeit mache ich jeden Tag ein Daily Stand-Up, was man typischerweise halt früh, halt neun oder neun, eine Viertelstunde mit den Teammitgliedern macht. Das spricht im Prinzip überhaupt nichts dagegen, das asynchron zu machen und diese Berichte, was habe ich getan, was werde ich tun, was hält mich auf, meine Arbeit zu machen, eben in einem Chat mit einem gewissen Hashtag abzubilden. Alle Teammitglieder sind auf Stand und keiner muss sich zu irgendeiner unchristlichen Uhrzeit aus dem Bett quälen. Heißt aber auch nicht, dass die synchronen Meetings dadurch auf Null zu reduzieren sind. Es gibt Dinge, die mal einfach, wenn komplexe Themen zu diskutieren sind, wo das emotional wird, da ist das Schriftliche meist nicht so gut, wo sozusagen das Synchrone und die Videokonferenz dann besser ist. Aber wie gesagt, es geht so um diese Balance quasi. Ich empfehle nochmal diesen Artikel Five Levels of Remote Work auf Medium, da ist das sehr gut beschrieben. Wunderbar. Dann vielen Dank dir, Simon, für den Vortrag und für die umfangreiche Antwort der Fragen. Es sind jetzt noch mehr Fragen reingekommen, aber ich würde aufgrund der Zeit dann alle, die noch Interesse haben, sich mit dem Simon auszutauschen, dann bitten, sich direkt mit ihm in Verbindung zu setzen. Er hat die Kontaktdaten ja geteilt. Danke, dass du da warst. Gerne. Viel Erfolg noch und schöne Veranstaltung die Woche. Ja, danke schön. Bis bald. Bis bald. Bis bald.